Hallo, grüße euch. Mit meinem heutigen Video geht es hin zu einer Reise in die neuere britische Moralphilosophie, zu dem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts besonders einflussreichen englischen Philosophen Richard M. Hare, gestorben 2002. Ich berichte euch heute, was er über moralisches Begründen in seinem Buch Freiheit und Vernunft, auf Deutsch erschienen 1983 in Düsseldorf, zu sagen hat. Ich halte das Buch mal kurz in die Kamera. So, also hier ist das Buch. Okay. Gleich in der Einleitung seines Buches macht er auf eine seiner Meinung nach bestehende Antinomie aufmerksam. Dass zum einen die allgemeine Überzeugung, dass sich ein reifer Mensch sein eigenes Urteil zu moralischen Fragen bilden sollte. Was aber nachher kontrastiert mit der Ansicht, dass die Beantwortung moralischer Fragen eine rationale Tätigkeit ist oder zumindest sein sollte. Auch wenn die meisten Menschen soher darin zustimmen würden, dass wir in unserer Urteilsbildung frei sind, nehmen wir dennoch jedoch zugleich an, dass es nicht gleichgültig ist, zu welchen Ansichten wir kommen. Die Beantwortung moralischer Fragen ist nicht einfach willkürlich. Es gibt also soher einen Unterschied zwischen der Freiheit, die wir in moralischen Fragen haben, und der etwas Beliebiges zu sagen oder zu tun. Mit seinem Buch will er letztlich eine Lösung für diese Antonomie anbieten, nämlich indem er zum einen feststellt, dass das moralische Urteil preskriptiv eine Empfehlung ist, und zweitens, dass es universalisierbar ist. Dass moralische Urteile universalisierbar sind, begründet dabei sozusagen ihre Rationalität. Dass sie preskriptiv sind, hängt dagegen mit unserer Freiheit der eigenen Meinungsbildung zusammen. Für ihn ist moralisches Begründen eine Art von Forschungsprojekt. Wir suchen hier nach moralischen Grundsätzen, die wir auch dann noch akzeptieren können, wenn wir ihre logischen Konsequenzen überstacht und uns angesehen haben, wie es um die Tatsachen in dem betreffenden Fall bestellt ist. Er schlägt zwei Regeln für das moralische Begründen vor. Wir sollten dabei zum einen nach einer Handlung Ausschau halten, auf die wir uns festlegen können. Das ist die Preskriptivität, von der wir aber zugleich bereit sind, sie als Beispiel für einen Handlungsgrundsatz zu akzeptieren, der auch für andere gleiche oder ähnliche Fälle als Vorschrift zu gelten hat. Das ist die Universalisierbarkeit. Haben wir einen Handlungsvorschlag, bei dem sich ergibt, dass wir seine Universalisierbarkeit nicht akzeptieren können, so weisen wir diesen Handlungsvorschlag als Lösung eines moralischen Problems zurück. Und das ist nun auch schon das Pudelskern von Herrs moralischen Begründungsversuch. Wichtig ist, dass das Argument nicht ex nihilo gefunden wird, sondern auszugehen ist von der für den Fall vorliegenden relevanten Tatsachen. Es gibt also drei notwendige Bestandteile moralischer Begründung nachher. Tatsachen, Logik und Neigungen bzw. Interessen der Betroffenen. Nachher gehören alle drei Elemente untrennbar zusammen. Und wenn auch nur eines fehlt, wird das ganze moralische Argument unwirksam. Wer, so meint er zum Beispiel, unparteiisch urteilt, aber dabei völlig gefühllos ist und sich von den Interessen anderer und auch den eigenen Interessen nicht bewegen lässt, für den gibt es keinen Grund, einen moralischen Grundsatz einem anderen vorzuziehen. Eine mitfühlende Unparteilichkeit ist hier erforderlich. Und auch, wer vor einer moralischen Entscheidung steht und der nicht über das rechte Vorstellungsvermögen verfügt, dem wird entgehen, dass ein anderer auch an ihn die gleichen moralischen Anforderungen stellt, die er selbst von anderen erwartet. Und wer die Fakt nicht kennt, findet nichts, womit er das moralische Begründen mit den einzelnen Wahlmöglichkeiten in Verbindung bringen kann. Herr gibt ein einfaches, klassisches Beispiel. A schuldet B Geld und B schuldet C Geld. Und nach dem Gesetz steht es dem Gläubiger zu, Schulden einzutreiben, indem man den Schuldner ins Gefängnis werfen lässt, bis er zahlt. So das Beispiel von dem hierher ausgeht. B fragt sich, kann ich diese Maßnahme ergreifen, um von A meine Schulden einzutreiben? Er wäre sicher geneigt, dieser Vorschrift zu zustimmen, wenn er nicht universalisieren würde. Denn um die Vorschrift moralisch zu begründen, müsste er nun noch folgendem zustimmen. Jeder in meiner Lage sollte Schuldner ins Gefängnis stecken, wenn er nicht zahlt. Dann wird er aber bemerken, dass er C gegenüber in derselben Lage ist, wie A ihm gegenüber. Er müsste also auch dieser Vorschrift zustimmen. C sollte mich ins Gefängnis werfen lassen, was er aber gerade nicht bereit ist zu akzeptieren. Hier wird der hypothetische Vorschlag zurückgewiesen, weil seine Konsequenzen untragbar sind. B muss ich also auf die Suche nach einem anderen Vorschlag machen, der einer moralischen Begründung standhält. Gegen eine Moralbegründung sei es nun die von her oder auch eines anderen ethischen Begründungssystems, gibt es zwei schwerwiegende Einwände, auf die her ziemlich ausführlich eingeht. Zum einen das Problem der Willensschwäche. Ich erkenne, was moralisch richtig ist, handel aber dennoch anders als meine Erkenntnis. Dieses Problem möchte ich hier nicht näher referieren. Ich hoffe, ihr seid darüber nicht allzu sehr enttäuscht. Das zweite Problem ist das des Fanatismus. Was mache ich zum Beispiel mit jemandem, der das Ideal eines idealen Menschen oder Staates hat und um das Ideal zu erreichen, die Interessen anderer und auch die eigenen Interessen bereit ist, zu ignorieren? Herr nennt als Beispiel den fanatischen Nazi. Wir könnten jetzt zum Beispiel den Nazi in einem Gespräch darauf aufmerksam machen, welche Folgen sein Handeln für eine große Zahl von Menschen hat, die sein Ideal nicht teilen, zum Beispiel für die Juden. Wir könnten ihn fragen, ob er dem universellen Grundsatz wirklich zustimmen kann, dass man anderen ein derartiges Leiden zufügt. Würde soher es jetzt nur um Interessen gehen, würde es jetzt soher nur um Interessen gehen, wäre unsere liberale Position sehr stark. Nun hat aber der Nazi den universellen Grundsatz, dass jemand mit dem Merkmal Jude kein außerordentlicher oder guter Mensch sein kann und dass man nach seiner Meinung eine ideale Gesellschaft nur erreichen kann, wenn man alle mit dem Merkmal Juden beseitigt. Und er glaubt, dass selbst dann, wenn die Interessen anderer oder auch seine eigenen Interessen geopfert werden müssen, der ideale Staat und der ideale Mensch anzustreben sind. Herr meint dazu, dass jemand, der so eine Position öffentlich vertritt, entweder unaufrichtig ist oder über zu wenig Vorstellungsvermögen verfügt. Insgesamt, so meint er, ist ein solcher Fanatismus eher selten. Denn der fanatische Nazi hält auch dann noch an seinem eigenen Urteil fest, wenn seine eigenen hypothetischen Interessen auf dem Spiel stehen. Ja, wenn er hypothetisch selbst auch das Merkmal Jude hätte. Wer aufrichtig und klar denken kann, so Herr, für den folgt daraus, dass er wünscht, auch selber vernichtet zu werden, wenn er das Merkmal Jude hat. Einen solchen Fanatismus nennt Herr verrückt, aber er entkommt seiner ethischen Argumentation. Das heißt im Grunde, dass an der ethischen Argumentation, wenn man Herrs Begründungsverfahren annimmt, des Fanatikers nichts auszusetzen ist. Man müsste jetzt eigentlich sagen, er hat seine Vorschriften korrekt moralisch begründet und kann jetzt versuchen, danach zu leben. Wobei dann eben mitschwingt, dass er nicht ganz richtig im Oberstübchen ist und damit in seinem Leben nicht besonders weit kommen wird. Wir können es eigentlich nur ablehnen aufgrund von anderen Idealen, die wir selbst haben, zum Beispiel die Menschenrechte. Dabei weist natürlich her, dass sich liberal-demokratische Ideale in einem wichtigen Punkt von fanatischen Idealen unterscheiden. Wir wägen andere Interessen in unseren moralischen Überlegungen ab und suchen sie auszugleichen. Der Fanatiker scheißt auf andere Interessen und versucht sein Ideal auf Teufel komm raus, auch mit Gewalt durchzusetzen. Im Kampf gegen Fanatismus empfiehlt Herr, dass gewöhnliche Vertreter in der Öffentlichkeit sich über die logischen Eigenschaften von Wörtern im Klaren sein sollten, sich über vorliegende Tatsachen informieren und ihr Vorstellungsvermögen trainieren sollten. Das Erste zu fördern ist für ihn die besondere Aufgabe des Philosoph, das Zweite die vernehmliche Aufgabe von zum Beispiel Soziologen, Historikern oder auch Journalisten und das Dritte die Aufgabe von Künstlern. Dazu gehört eine Atmosphäre der Kommunikationsfreiheit und dass ein einflussreicher Teil der Öffentlichkeit über moralische Fragen diskutiert und auch die Natur dieser Fragen versteht. Die Strategie muss dabei sein, vom harten Kern der echten Fanatiker diese abzuspringen, die nur mitmachen, weil sie gedankenlos oder zu wenig mitfühlende Vorstellungskraft besitzen. Dass es immer wieder Fanatiker geben wird, soher muss man zugeben. Aber sie sind selten. Sie führen andere oft in die Irre, die eigentlich keine Fanatiker sind, indem sie Tatsachen verschweigen, Falschheiten verbreiten, Leidenschaften wecken und dabei kein Mitgefühl und Einfühlung aufkommen lassen. Hier schreibt der Moralphilosophie die Aufgabe zu, die Menschen durch Aufklärung gegen solche Propaganda zu wappnen. So, das war auch schon meine Kurzvorstellung von herzenmoralischem Begründungsverfahren. Hat es euch überzeugt? Vielleicht schreibt er dazu ja etwas in den Kommentaren. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüssi!